Musik Mein Name ist Dürken Obermann, ich bin der Bürgermeisterkandidat der SPD und ich möchte Bürgermeister werden, weil ich mit meiner Familie fest in Schifferstadt verbunden und verankert bin, mit den Vereinen die kulturellen Angebote zu schätzen weiß und aber auch die Herausforderungen der Zukunft, die da lauten, die Veränderungen in der Mobilität oder auch das Thema Demografie hier angehen möchte. Vor allem ist diese Kandidatur aber eine Herzenssache. Die Stadt, welche mich geprägt und auch geformt hat und mein ganzes Leben begleitet hat, der möchte ich ein klein wenig zurückgeben und möchte sie in der weiteren Entwicklung begleiten und auch gestalten. Tagblatt-Redakteurin Susanne Kühner im Gespräch mit den Kandidaten Die Interviews in der Samstagsausgabe im Schifferstatter Tagblatt